Attestiert mir eine sehr gute Verbindung, aber ich sehe kein Bild. Jetzt! Meine Fresse, da haben wir es doch. Also nochmal an alle YouTuber, die bisher nicht zuschauen konnten, weil YouTube mal wieder rumgezickt hat. Servus und Hallo. Jetzt geht es los. Ich finde es sensationell. Also es ist wirklich komisch. Aber gut. Ja, geht denn auch der Chat? Würde mich mal interessieren. Ich habe zumindest jetzt schon mal das Bild von Room Service auf YouTube. Das ist schon mal was. Jetzt ist noch die Frage nach dem Chat. Klappt der Chat? Ist er da oder ist er nicht da? Einfach kurz was schreiben. Ich baue schon mal auf. Nicht ja nichts. So, wir haben hier den Solo-Modus. Vom Marco Schmidt. Genannt das Schmidi. Zweieinhalb Seiten, wobei ja, sagen wir zwei Seiten. Die letzte Seite ist einfach nur die Punkte zu Ordnung, dass man weiß, wo man sich befindet. Ja, da ist er, der Chat. Geht. Mal Zeit. Mike, grüß dich. Ja. Heute mal. Room Service im Solo. Schmidi war so frei und freundlich. Und hat eins meiner, meiner Familien-Favoriten quasi. Thomas, grüß dich. In Solo überführt. Jetzt müssen wir mal schauen, was hat er geschrieben? Die B-Seite. So, schauen wir doch mal, was er sagt. Spielaufbau wird mit der Rückseite ausgelegt. Schmidi, schreib mal rein. A oder B. Falls du da bist und das sehen solltest irgendwann. Denn Vorder- und Rückseite ist immer schwierig. Wenn beidseitig bedruckt ist, weiß man nicht. Was ist die Vorder- und was ist die Rückseite? Da wird es schwierig. Aber, das ist die einfache Seite und da wir den Solo mit allem spielen müssen, was es gibt, gehe ich davon aus, dass wir, ich mach den Fokus nachher noch, dass wir mit der B-Seite spielen werden. So, also mit der Seite, wo die Buchstaben drauf sind. So, jetzt hat er. Mike, habe ich hier noch eingepackt, ehrlich, eingepackten Regal? Oh, und das ist so ein schönes Familienspiel. Bin ich überhaupt scharf? Ich weiß es gar nicht. Okay, also die Frage war jetzt so blöd. Ich bin natürlich scharf, aber ob ich ein Bild auch scharf bin? Ja. Was brauchen wir denn alles? Oh, das spielen wir real aus. Ich spiele wieder mit Blau, glaube ich. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir eher mal schauen, was wir alles brauchen werden. Bin mir noch nicht ganz sicher. Das kriegen wir aber gleich. So. Vielleicht vorab schon, weil heute Abend geht es praktisch gleich weiter. 19,30 Uhr warm-up zum Rennen Nummer 6. 20,30 Uhr dann das Rennen selbst im Livestream. Freue ich mich schon tierisch. Ich muss wieder mal einen Sieg abliefern. Ich stehe unter Leistungsdruck. Thomas, die auch. Ciao, bis nachher. Ich stehe unter Leistungsdruck. Man glaubt es kann. So, da haben wir hier die Wölkchen. Da müssen wir die Zusatzwölkchen mit reinmischen. Da sind sie, die Zusatzwölkchen. Dirk, grüßen. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Okay. Wölkchen Nummer 1. Wölkchen Nummer 2. Wer von euch kennt Bloom Service? Wer hat das schon mal gespielt? Ich bin gespannt. Hau raus. Ich finde es ja ein richtig tolles Spiel. Mal abgesehen davon, dass es ein Familienspiel ist. Ja, ich mag auch wahnsinnig gern Familienspiele, wenn sie gut gemacht sind. Siehe Hexenhaus zum Beispiel. Auch da gibt es ja ein Solo. Auch den habe ich euch schon präsentiert. Um halt so rum. Mike war ein Geschenk. Au, okay. Hatte es mal bei Vorn gespielt, aber hatte nicht so gezündet und deswegen auch noch nicht ausgepackt. Hm. Hat nicht gezündet, ehrlich. Aber ich finde es cool. Vor allem auch den Mechanismus mit dem Feige oder Mutig. Finde ich cool gemacht. So, habe ich irgendwo eine Wölke vergessen? Kann durchaus sein. Wenn ihr noch irgendwo ein Wolkenfeld seht, schreien. So, dann drehen wir mal rum. Lassen wir die gleich wieder richtig verpacken. Das heißt, die hier. Kommen in eine rein und die kommen in eine. Also die einfachen Wolken vom Grundspiel und die erweiterten aus dem Profispiel. Das Spiel ist jetzt zu viel gesagt. Aus dem erweiterten Spiel. So, dann haben wir hier. Da weiß ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt mal kurz nachlesen. Wie das funktioniert. So, mit dem habe ich es tatsächlich noch nie gespielt. Man glaubt es kaum. Mit dieser Erweiterung habe ich es noch nie gespielt. Mayan, die Sturmwolken habe ich. Genau. Die Bergplättchen mit den Amuletten. Habe ich die auch? Die habe ich. Das sind die Amulette. So, können auf der Vorderseite des Spielplatzes benutzt werden. Wird auf der Rückseite gespielt, müssen sie benutzt werden. Die fünf Plättchen werden zu dem Verdeck gemischt. Dann wird zufällig hier eins offen auf den Flächen der drei entsprechenden Beigebiete platziert. Okay. Alles klar. Das ist schon so, wie ich mir fast gedacht habe. Die Farben entsprechend dem, was man da machen muss. Schmitty, grüßen. Rückseite gleich B-Seite. In der Anleitung ist auch nur von der Rückseite die Rede. Ach, komm. Geht denn jetzt schon wieder raus, Schmitty. Berge. Einmal. Was ist das denn? Zweimal. Wo ist denn der Nächste? Da oben. Gut. Dreimal. So. Dann nehmen wir die. War das alles an Bergen? Ich glaube ja. Das Amulett der Farbe neben jedes Bergplättchen. Ja, da müssen wir dann mal schauen. Die lasse ich mal kurz hausen. Dann kommen wir zu den Waldplättchen. Da ist es dann wahrscheinlich ähnlich. Auch die werden wir mal durchmischeln. Da haben wir noch was. Schau an. Wo ist denn das andere? Hier. Und hier ist noch eins. Habe ich alle? Ja. Zwei frei. Und zum Schluss noch diese hier. Die braunen. Da bin ich ja gespannt. Mit denen habe ich noch gar nicht gespielt. Da freue ich mich schon auf das, was da kommt. So. Das wären die Plättchen. Sehr schön. Können wir mal schauen, welche Farben ich nehme. Das weiß ich noch nicht. Also blau auf jeden Fall. Das kann ich schon mal herlegen. Blau werde ich sein. Aber dann müssen wir mal gucken, mit welcher Farbe noch. So. Was brauchen wir dann hier? Haben wir was jetzt? Achso. Das waren die Aufträger. Die Ereigniskatten. Die brauchen wir ja nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau. Das sind die Ereigniskatten. Die brauchen wir nicht. So. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal blau. Blau ist die Farbe meiner Wahl. Wo sind wir denn? Da. Auf der Zehn. So. Mein Kartenpack. Und jetzt. Mit wie viel Farben spielen wir denn hier? Einer anderen. Irgendeiner anderen Farbe. Der Rundenzähler. Wo kommt der drauf? Auffällt eins. Okay. Sieht man den Gelb? Sieht man gar nicht, ne? Aber eine andere Farbe. Gelb ist blöd. Dass ich den Rundenzähler auch sieht. Björn grüßen. Sag mal kurz Hallo. MP. Hallo Monty. Kann man den Solo-Modus irgendwie herunterladen? Ja. Zum einen kriegst du den auf BGG. Ich werde den nach dem Stream aber auch wieder in der Videobeschreibung verlinken. rot zieht man glaube ich besser, ne? Rot zieht man besser. Auf jeden Fall. Deswegen, ja. Kein Problem. Wenn du noch warten kannst, bis ich fertig bin, dann unten in der Videobeschreibung. Okay. Okay, also Spielfigur haben wir. Tränke und Zauberstäbe. Oh, weiß ich gar nicht mehr, wie viele kriege ich. Ein Trank pro Farbe und einen Zauberstab. Und einen Trank pro Farbe. So. Hier schon mal. Okay, die werde ich ja dann wahrscheinlich gar nicht brauchen. Mal gucken, ob die Geisterfarbe noch was macht. Ich denke aber fast nicht. Eigenes Karten habe ich weg. Eine nicht verwendete Farbe, die 10 Rollenkarten. Jawohl. Dann nehmen wir dann, ne, dann nehmen wir doch die roten. Wenn wir jetzt rot hier schon mal als Zähler haben. Die verwunschenen Rollen. Und noch eine nicht verwendete. Okay. Dann nehmen wir jetzt dann die gelben. Die böse Hexe. So, Würfel habe ich. Und dann haben wir schon alles, oder? Sehr schön. Dann haben wir doch schon alles. Also, wir haben hier die verwunschenen Rollen. Hubelé. Das sind quasi, wie soll ich sagen, das sind die Hexen und was auch immer man da jetzt gleich finden wird, die mich mehr kosten. Ich muss nur kurz nachschauen, wie viel mehr. Moment, verwunschenen Rollen. Wo war die schon mal gestanden? Die Rollen, da haben wir es doch. Nee. Wo waren die verwunschenen Rollen gestanden? Da wurde doch alles ein bisschen teurer, gell? Da, 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 da. Ich finde es gerade nicht, ich finde es gerade nicht. Hier, die verwunschenen Rollen, da steht es doch. Bei zwei Spielern drei Karten. Bei zwei Spielern drei Karten. Jetzt weiß ich bloß gar nicht, was das bedeutet. Boah, ist das schon lang her, ey. Die von Atom haben es. Drei Siegpunkte. Boah, ja, genau. Okay. Teure Sache. Drei Siegpunkte kostet mich das. Naja, denken wir mal die ersten drei auf. Eins, zwei, natürlich falsch rum. Und drei. So, das sind die ersten drei verwunschenen. Seht ihr die? Ja, ihr seht die. Dann, was machen wir mit dem Stapel hier? Viele Punkte zu reinen. Ach so, der Fluch. Zu Beginn des Spiels. Würfelst du, welchen Fluch du besiegen musst? Der Fluch gilt als besiegt, wenn sich deine beiden Spielfiguren am Spielende dort befinden, wo sie entsprechend gefordert sind. Okay, dann werden wir jetzt erstmal würfeln und schauen, was der Fluch macht. Astrid, grüß dich. Schmidi, für wursche Rollenkost. Genau, drei Punkte. Und er hätte ja gleich lesen können. Hier lesen oder da lesen. Wichtig, die verwunschenen Rollen werden erst neu gemischt, wenn die einmal durchgespielt sind. Die der bösen Hexe jede Runde. Ah, okay. So, eine zwei habe ich gewürfelt. Also, es geht jetzt darum, wir haben quasi im Spiel eine Aufgabe. Ein Fluch. Den müssen wir besiegen. Entzaubern. Wie auch immer man zu dem Fluch sagen würde. Der Fluch 2, der Fluch der Einigkeit. Beide Spielfiguren müssen sich auf demselben Feld befinden. Okay, scheint mir machbar. Beide müssen am Schluss des Spieles auf demselben Feld sein. Zum Beispiel, beide hier hinten. Dann habe ich den Fluch besiegt. Wenn ich es nicht schaffen sollte bis zum Spielende, dann wird mir die Hälfte der Punkte abgezogen. Oh, das ist böse. Okay. So. Jetzt schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Ziehe den Rundenmarker vor auf die entsprechende Runde. Ja, wir sind in der Runde 1. Das passt. Ereigniskarten spielen. Im Solospiel keine Rolle. Die haben wir rausgenommen. Genau. Ein Ereignis findet aber trotzdem statt. Die böse Hexe zwinglich eine oder zwei Karten mutig auszuspielen. Dann würfle dafür zum Rundenbeginn, welche Karte diese Runde mutig gespielt werden müssen. Okay. Mal würfeln. Drei. Weißt du, wie ich das mache? Dann nehme ich noch eine Farbe her und lege mir die Karten hin, dass ich mir auch merke, welche ich, wenn ich sie ziehe, mutig spielen muss. Oder? Ach nee, das ist einfach nur meine erste. Okay, dann brauche ich das nicht machen. Das ist nicht bezogen auf Karten, sondern auf die Nummer der Karte. Alles klar. Drei habe ich gemacht. Die dritte Karte muss mutig gespielt werden. Die verwunschenen Rollen werden nach den normalen Regeln des Zwei-Personen-Spiels aufgedeckt. Das haben wir gemacht. Aber ich mache das vom Platz her mal anders. Ich lege die verwunschenen mal hier hin. Seht ihr die noch? Ja, fast. So. Machen wir so. Das sind die verwunschenen. Dann kann ich hier meine hinlegen und dann immer umdrehen, dass ihr mir auch glaubt, dass ich die Reihenfolge einhalte. So, das war der Würfel. Die verwunschenen Rollen werden nach dem... Das hat man schon. Der Kartenstab der bösen Hexe wird vor jeder Runde komplett gemischt. Okay. Ach so, Schmidli. Wie das ist, was du gerade geschrieben hast, ne? So, wenn ich hier glaube ich erst einmal die Kamera ordentlich einstellen. So, dann seht ihr ein bisschen mehr. Und dann werden wir den Fokus noch machen. Und bin er. Und fertig. So. Ich glaube, so ist es gescheit. Nur ein bisschen halber hier rüber. Ah, ich glaube, das passt. So, dann trinke ich erst einmal ein. Prost. Oh, haben wir letztens entdeckt. Wahnsinnszeug. Hanf-Cola. Juhu. Kann ich ja nur noch verlieren. Äh, gewinnen. Oder was auch immer. So, was machen wir noch? Rollenkarten auswählen. Ganz normal. Vier Rollenkarten, die du hier unten spielen willst. Im Solo musst du nun aber direkt entscheiden, in welche Reihenfolge. Okay. Ich kann nicht anpassen, je nachdem, was passiert. Ja, das heißt, die dritte muss ich mutig spielen. Die anderen kann ich mutig spielen. Wenn ich möchte. Oder auch nicht. So, dann wollen wir erst mal gucken, was wollen wir denn machen. Also, ich muss die irgendwann einmal auf einen Punkt bringen. Mein Ziel ist es somit, die größtmöglichen Punkte zu ergattern. Was ich jetzt noch nicht weiß, weil ich es noch nicht gespielt habe, da muss ich jetzt noch mal kurz nachlesen. Was machen denn die Varianten? Ich meine, die Sturmwolken ist ja klar. Das ist soweit klar. Aber, die Bergplättchen, was machen die? Er nimmt sein dort bereitliegendes Amulett und legt es für jedermann sichtbar vor sich ab. Die Amulette bringen dem Spieler am Spielende Siegpunkte. Okay. Schauen wir mal, nicht schlecht. Für 1, 4. Für 2, 9. Und für 3, 15. Also, das ist schon mal ein gutes Ziel. 1, 2, 3 Amulette zu bekommen. Gibt ein Haufen Punkte. Ich kann die Funktion des Bergplättchens nutzen. Hier ist klar, da kriege ich 3 Tränke. Hier kriege ich 2 Zauberstäbe. Was kriege ich hier? Der Spieler darf mit einer beliebigen eigenen Spielfigur eine benachbarte Wolke wegzaubern, gerade so, als ob er die feige Wetterfee... Oh, coole Sache das. Ist quasi eine vereinfachte Wetterfee, ohne sie auszuspielen. Die sind nicht schlecht. Was machen die Waldplättchen? Nimmt er das Waldplättchen und legt es offen für jeden sich, bevor sie ab... Ab der nächsten Runde kann er es einmal einsetzen. Danach legt er es verdeckt neben den Spielplan. Pro Rollenkarte, beziehungsweise zu Beginn eines Durchgangs, kann ein Spieler maximal ein solches Plättchen einsetzen. So, was haben wir denn da alles liegen? Einmal den hier. Wer eine Rolle Feige spielt und ein solches Plättchen abgibt, rückt anstatt die Feigeaktion auszuführen, und sein Maiger um 5 Siegpunkte vor. Okay. Dann haben wir den hier. Wer ein solches Plättchen zu Beginn spielt, darf eine Karte mehr auf die Hand nehmen. Oh, auch nicht schlecht. Und das hier, wer eine Rolle Feige spielt und ein solches Plättchen abgibt, darf anschließend anstelle der Feigen die mutige Aktion ausführen. Der Spieler bleibt aber im Sinne der restlichen Regeln Feige. Die sind auch nicht schlecht, die Grünen. Was machen die Braunen, die Hügelplättchen? Die Einzelplättchen bedeuten. Also, wenn ich da hinkomme. In diesem Hügelgebiet wird kein Turbo gezündet, sondern hier kann jeder Spieler als mutige Hügelhexe einen orangefarbenen Trank für 7 Siegpunkte in den allgemeinen Vorrat legen. Das heißt, das ist kein runder Turm, sondern an einer Ecke. Ja, nö, das ist doch ein runder Turm. Das ist ein runder Turm. Runde Türme gelten doch nur einmal. Was haben wir hier? Das sind die hier. C, D, A, B, B, C. Sobald ein Spieler mit einer Spielfigur in ein Hügelgebiet mit einem solchen Plättchen zieht, zündet er umgehend den Turbo seines Besens und versetzt diese Spielfigur auf einen der beiden auf dem Plättchen an einem Steinkreis. Also in dem neuen Zivil darf er, wenn er die mutige Hügelhexe isst, einen Trank abliefern. Interessant. Also hier, A, wo ist ein B? Das blöd, sehe ich nicht. Ach, hier unten. B, C und D. Alles klar. Ja, lassen wir es mal krachen. So, wie funktioniert das hier jetzt? Also, ich wähle aus. Das ist soweit klar. Dann hast du natürlich keine Wahl. Danach macht die böse Hexe ihren Zug und deckt von ihrem Stapel je nach Runde eine oder zwei Karten auf. Ah, okay. In Runde 1 und 2 eine. In Runde 3, 2, 1, 1. Runde 7, 2, 2, 2, 2, 2, wow. In Runde 5. Nach deiner ersten und zweiten Karte zwei Karten aufdecken und nach deiner dritten und vierten Karte eine Karte. Und eine 6 Karte. Okay, alles klar. Ja, klingt erstmal easy. Ich bin gespannt. Legen wir mal los. Was möchten wir denn tun? Ich bin hier drüben. Ich habe aktuell je einen Trank. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Was möchte ich denn machen? Ich möchte auf jeden Fall dorthin. Und ich möchte, glaube ich, dorthin. Da haben wir zwei Spezialwolken. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachlesen, was die bedeuten. Wo haben wir es denn? Da. Wer eine solche Wolke wegzaubert, darf anschließend eine beliebige seiner zwei Spielfiguren in ein Nachbargebiet seiner Wahl ziehen. Gerade so ist er mit den entsprechenden Feigehexer ausgespielt. Bitte. Okay. Das ist der hier oben. Wer eine solche Wolke wegzaubert und er sieht Punkte vor, wenn er mindestens so viel tränke, dass er in Frage in seinem Besitz hat. Oh, okay. Alles klar. Habe verstanden. Da habe ich die richtig gut um hingelegt. Das sind lauter lila. Idiotisch, ne? Okay. Dann ist mir eigentlich schon klar, was ich machen möchte. Ich werde versuchen zuerst mal das hier. Achso, vielleicht für die diesen kleinen Tipp. Den Würfel oder so. Warte, 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 warte. Wo hast du angefangen? Leg dir am besten eine Erinnerung aus, dass Karte 3 mutig gespielt werden muss. Ja, hast du recht. Okay. Auf dem Würfel steht noch die 3. Ich lege mir den mal hier mittig rein. Dann vergesse ich das nicht. Hoffe ich zumindest. Oder irgendwie. So, was haben wir alles? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir haben 10 Karten. Es gibt 3 Karten als Sammler, wenn man so möchte. Diese 3, ich tue die mal. Moment. Die 3 sammeln, das sind Wurzelfrüchte und Kräutersammler. Da kriege ich jeweils die grünen, lilalen und orangenen Tränke. Ja, manchmal noch Zauberstäbe dazu oder einen Freitrank. Das ist das eine. Dann gibt es die Wetterfee, mit der kann ich diese Wolken wegzaubern. Dafür brauche ich Zauberstäbe. Dann gibt es die Hexen. Und zwar 3 an der Zahl. die Wald, Heide, Berg, nee, 4 sogar und Hügelhexe. Passt das? Achso, Druiden gibt es nur 2. Ah ja, genau. Und zwar für jede Farbe vom Gebiet, also Wald, Heide, Hügel und Berg gibt es eine entsprechende Hexe. Und wenn ich so eine Hexe spiele, kann ich auf diese Farbe der Landschaft ziehen und dort auch einen Trank an den Turm liefern. Runde Türme heißt, die werden nach einem Mal verbraucht. Eckliche Türme können immer wieder beliefert werden. Also die entsprechende Farbe fürs Gebiet, um draufzuziehen. Und dann haben wir noch die Druiden. Druiden gibt es nur 2. Die gelten immer für 2 Gebiete, also Gelb und Grün. und hier braun und grau, also Berghügel und Wald und Heide. Und da ist es so, im Prinzip funktionieren die genauso wie eine Hexe. Ich kann also im Zielgebiet dann einen Turm mit einem Trank beliefern, bekomme zusätzlich aber noch Punkte. Das ist das Schöne daran. Genau. Jede Karte kann ich entweder mutig spielen oder feige. Wenn ich sie mutig spiele, bekomme ich natürlich mehr. Wenn ich sie feige spiele, darf ich sie auf jeden Fall spielen. Es passiert also nichts, aber bekomme weniger. Im Falle der Hexe heißt es, wenn ich sie feige spiele, dass ich nur mich bewegen darf. Nicht ausliefern. Im Fall des Druiden heißt es, dass ich zwar liefern darf, aber ich bekomme keine Punkte dafür. Bei der Wetterfee kann ich eine Wolke wegzaubern. Wenn ich feige spiele, mutig bekomme ich zusätzlich Punkte. Und beim Kräutersammler kriege ich halt feige einfach nur viel weniger. Warum ist das so? Mehr Spieler spielt, ist es quasi jetzt so eine Art, ich will nicht sagen Beat-Spiel, aber so eine Art Reizen. Der erste Spieler ist dran, spielt eine von vier gewählten Karten. Also ich habe zehn Karten zur Auswahl und muss jede Runde vier Karten ausspielen. Ich ziehe mir die von meinen zehn Karten, nehme die auf die Hand und suche mir dann eine raus. Bin ich Startspieler, spiele ich eine Karte, zum Beispiel den Kräutersammler, und muss für mich entscheiden, will ich den mutig oder feige spielen. Spiele ich ihn feige, bekomme ich auf jeden Fall den Bonus. Spiele ich ihn mutig, ist der nächste Spieler an der Reihe. Hat der nächste Spieler den Kräutersammler in seiner Auswahl, muss er ihn spielen und auch sagen, ob mutig oder feige. Spielt er ihn mutig, hat er mich überboten und ich bekomme nichts. Und er ist dann der nächste, der, wenn alles klappt, den Kräutersammler bekommen würde. Spielt er ihn feige, bin ich noch im Rennen und er bekommt eben den Feigenbonus. Das Ganze geht dann reihum. Wenn man die Karte nicht hat, muss man auch nichts ausspielen. Wenn man die Karte hat, muss man sie ausspielen. Und der letzte in der Runde, der sie mutig gespielt hat, bekommt auch den mutigen Effekt. Alle anderen, die feige gespielt haben, bekommen den feigen Effekt. So einfach ist das. Also nicht besonders schwer, aber durchaus tricky. Problem ist, man versucht dem Mehrspieler natürlich dann sich auch ein bisschen zurecht zu legen. Welche Karte nehme ich jetzt? Wie spiele ich sie aus? Problem ist im Mehrspieler, wenn dann einer eine Karte ausreizt und ich muss die spielen, bevor ich sie eigentlich spielen wollte, kommt es ganz schnell dazu, dass die Runde von einem zerstört wird, weil man nicht mehr das machen kann in der Reihenfolge, in der man es machen wollte. Also doch schon ganz schön tricky. Kein Einsteiger-Familien-Spiel, aber macht echt wahnsinnig viel Spaß. Mir zumindest. Ich glaube bisher auch alle, mit denen ich gespielt habe. So, was machen wir jetzt als erstes? Lass mich mal gucken. Ich werde als allererstes die hier spielen. Die hier, die hier. Ich reize das jetzt mal aus. Und werde dann versuchen, die hier zu spielen. So, das sind meine vier Karten in dieser Runde. Ich glaube, ich bin immer Startspieler. Stimmt das? Ja, ich bin Startspieler. Okay. Dann fange ich an mit dem Wurzelsammler. Ich spiele den Wurzelsammler. Habe ich die schon gemischt? Noch nicht, ne? Also einmal mischen. So, die Hexe, haben wir gesagt, mischen wir jede Runde, ne? Gut. Also einmal gemischt. Ich spiele den Wurzelsammler und zwar spiele ich ihn mutig. Ja, mutig. Dann ziehen wir eine Karte Hexe. Die Heidehexe. So, was passiert jetzt? Das ist nichts, oder? Achso, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Gott, bin ich blöd hier, ne? Gipfel-Truide. Verdammig, habe ich nicht drauf geschaut. Ist egal, wir lassen es mal so. Also, böse Hexe, hast du deine Karte mutig gespielt? Darfst du im Endeffekt nur ausfüllen, wenn die gewählte Karte nicht in der Auslage der bösen Hexe ist. Okay, in dem Fall habe ich es richtig gemacht. Wurzelsammler wird mutig gespielt. Ich bekomme einmal Orange und zwei von den Gäste her Zaubersteben. Dann drehen wir die rum und weiß ich, die es verbraucht. Hast du absichtlich direkt eine verwunschenende Rolle gespielt? Ja, Schmidi. Nee, ich habe nicht drauf geschaut vor lauter Labern und Gucken. Ich trinke noch mal einen. Groß. Aber ist egal. Scheiß auf die drei Punkte. Wenn ich es schaffe, hole ich die ja wieder mit rein. Deswegen ist es wurscht. Okay, jetzt spiele ich den Früchte Sammler. Ich spiele auch den Früchte Sammler mutig. Ich kenne jetzt einfach mal nichts. Jawohl, Berghexe. Bäm. Das gibt mir zwei lila netränke und einen darf ich mir aussuchen. Da werde ich mir nochmal lila nehmen. Damit habe ich bereits vier lila. Was genau willst du uns mir mit Usundi sagen? Hm. Okay. Also, das war der Früchte Sammler. Hat funktioniert. Dann spiele ich den Kräuter Sammler. Den spiele ich auch mutig. Haha. Hügelhexe. Läuft, würde ich sagen. Das heißt, zwei Grüne und einen Zauberstab. So, warum habe ich das gemacht? Ich brauche halt einfach ein bisschen Futter. Ist es? Ursula, hallo. Ja, hallo Ursula. Was meinst du mit Usundi? Ich bin verwirrt. Okay, das war der Kräuter Sammler. Dann kommt der Gipfeltroide. So, Gipfeltroide heißt drei Punkte minus. Eins, zwei, drei. Egal. Ich spiele den mutig. Und? Jawohl. Hat gepasst. Sehr schön. Gipfeltroide heißt ich darf mich jetzt bewegen und zwar in ein angrenzendes Feld und da nehme ich dann nehme ich die hier runter und nehme die ne, kann ich ja gar nicht. Ich muss hier rüber. Boah, meine Fresse. Ich gehe hier rüber. Fast falsch gemacht. Und nehme den Orangenen hierher auf die drei Punkte. Da habe ich die drei Punkte drauf plus die drei Punkte vom Druiden und somit habe ich das wieder gespart. Ah, der liegt auf der Grenze. Deswegen gilt er für beide Felder. Und damit ist auch mein Gipfeltroide durch. Wieso bewegst du dich mit dem Gipfeltroide? Der ist keine Hexe. Ich darf mich nicht bewegen. Entschuldigung. Oh, ja. Ihr bringt mich ganz durcheinander. Die Auslage der bösen Hexes solltest du komplett sehen, weil alle Liegenden haben ja Einfluss. Wie meinst du alle Liegenden haben Einfluss? Ach so. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal retour. Ich habe es verstanden. So, warte. Wir gehen nochmal zurück. Also ich war hier gestanden. So, die kommen wir alle nochmal zurück. Wir spielen es nochmal, wenn wir es falsch gemacht haben. So, Uhr gelöscht. Das ist so wie die richtige Reihenfolge gewesen. Also, Wurzelsammler habe ich gesagt, mutig. Heidehexe passt, passiert erstmal noch nichts. Dann machen wir das so, dass wir genug Platz haben. Wurzelsammler kriege ich einmal und zweimal. Der ist erledigt. Dann spiele ich einen Früchte-Sammler. Den spiele ich auch mutig, haben wir gesagt. Wenn ich es schaffe. Tadam. Jawohl. Eins, zwei, drei. Früchte-Sammler ist durch. Jetzt den Kräuter-Sammler spiele ich auch mutig. Hügel-Hexe. Passiert also nichts. Bekomme ich zwei und eins. Jetzt habe ich es verstanden. Glaube ich zumindest. Schmidi. Kräuter-Hexe geht drüber. So, jetzt habe ich den Gipfel-Druiden. Den spiele ich auch mutig. Halt. Ich decke auf. So, Wurzelsammler. Und das ist so, wenn ich es richtig verstanden habe, Schmidi, wenn ich die letzte aufdecke, werden immer dann alle vier quasi geprüft und entsprechend kann ich dann, wenn sie nicht dabei ist, sie mutig spielen. Erstmal kriege ich drei Punkte abgezogen, drei Punkte dazu. Dann liefere ich den Orangenschrank aus und bekomme nochmal drei Punkte. So, und damit haben wir es. Sehr schön. Die Hexen werden gemischt. Habe mich vertippt. Achso, ich kenne. Ja, danke. Das ist doch schön, Ursula. Es freut mich. So, okay. Da haben wir die Hexen neu gemacht. Die drei kommen weg. Und es werden drei neue aufgedeckt. Falsch rum natürlich. Berghexe, Kräutersammler und Früchte-Sammler. Alles klar. So. Jetzt sind wir in Runde zwei. Immer noch eins, 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 eins. Alles klar. Das passt soweit. Jetzt muss ich wieder würfeln, welche ich mutig spielen möchte. Oder muss, besser gesagt. Karte Nummer vier muss ich mutig spielen. Gut. Ich habe alle mutig gespielt, insofern war es wurscht. Wenn eine Karte natürlich schon in der Auslage liegt, wenn sie bei dir drankommt, spielst du sie natürlich nicht mehr mutig. Jaja, na, ist klar. Genau. Ja, logisch. Da hast du recht. Aber ansonsten passt, dass ich die erst aufdecke, wenn ich gesagt habe, mutig oder feige. Oder wie ist das? Mutig oder feige spielen willst. Danach macht die Hexe ihren Zug. Hast du deine Karte mutig gespielt, darfst du den Effekt nur ausführen, wenn du nicht in der Bindung hast. Hast du deine Karte feige gespielt, darf ich auf jeden Fall ausführen. Ja. Okay, na, passt schon, wie wir es gemacht haben jetzt. Ich glaube, jetzt sind wir drin. Okay, Karte vier muss ich mutig spielen, die darf ich nicht benutzen. Jetzt lasst mich mal gucken, was möchte ich denn tun. Also, wir haben den Früchte-Sammler da. Gemischt habe ich. Kräuter-Sammler und Früchte-Sammler macht keinen Sinn. Berghexe auch nicht. Okay. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich möchte einmal, ich möchte einmal hier rauf. Ich fange an mit der hier, mit der Heidehexe. Dann bin ich da oben. Dann machen wir die Waldhexe. Boah, die Wetterfee. Und, weil ich es kann, den Wurzelsammler. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Ja, mach mal so. Also, das heißt, den hier muss ich mutig spielen. Fangen wir an, die Heidehexe. Ich spiele die Heidehexe natürlich mutig, aber die Hexe deckt natürlich auch auf, wenn du feige gespielt hast. Nee, nee, schon klar. Ja, ja, logisch. Also, ich muss auf jeden Fall aufdecken, weil es zählt ja für die nächste Karte auch wieder. Okay, also, die spiele ich mutig. Drückt mir die Daumen. Jawohl. Kräutersammler. Habe ich nicht im Portfolio. Passt. Ich darf die mutig spielen. Das heißt, ich gehe hier rauf und gebe mutig, wie ich bin, einmal Orange ab. Und zwar hier drauf. Gib mir vier Punkte. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt habe ich keine Orange mehr. Deswegen habe ich den hier nochmal gemacht. Das wäre die Heidehexe. Ich habe nichts gemacht, was da oben liegt. Ja. Dann spiele ich die Waldhexe. Die spiele ich auch mutig. Hui. Glückchen, Glückchen. Also, Waldhexe. Ich bewege mich hier rein. Spiele grün auf den Turm. Da kommt er in die Auslage. Zwo sind vier Punkte. Läuft. Achso, Runde zwei. Entschuldigung. Ja. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Runde zwei. Hast du recht. Dann spiele ich die Wetterfee. Natürlich spiele ich die mutig. Boah. Alter, Lacker. Läuft heute. Wetterfee mutig heißt, ich möchte jetzt den hier. Dafür muss ich einen abgeben. Das ist immer die, warte mal, vier muss ich abgeben. Die im Stern ist die Anzahl, die du abgeben musst, ne? Boah, die hätte ich ja gerade. Die im Stern muss man abgeben. Hier. Stern. Im Stern angegeben, das sind die Zauberstäbe. Ja, genau. Also, eins, zwei, drei, vier Zauberstäbe. Das wäre diese Wolke. Dann habe ich für diese Wolke, muss ich die vier Tränke abgeben oder muss ich die mir besitzen? Er rückt umgehend auf die Siegpunkte vor, wenn er mindestens viele Tränke in seinem Besitz hat. Die müssen nicht abgegeben werden. Yes, baby! Also, ich habe vier lilane Tränke. Wo haben wir es hier? Vier lilane Tränke. Ich kriege also neun Punkte plus die drei Punkte der Fee. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Punkte. Sehr schön. Ich lege die Wolke hierher, die gehört jetzt mir. Die böse Hexe ist heute viel zu zahm. Ja, momentan, aber warte mal, es ist erst die Runde zwei, die wird mir schon noch den Arsch versohlen, ich bin mir sicher. So, das war die Wetterfee. Dann habe ich den Wurzelsammler und den muss ich jetzt mutig spielen. Und, jawohl, läuft heute, wirklich. Wurzelsammler mutig heißt, einmal Orange und wieder zwei von den Zauberstäben. So schaut es aus. Perfekt. Okay. Das war's. Runde zwei ist durch. Ich lege die wieder hier rüber. Ich lege die hier rüber. Mische die durch. So, und ich muss dran denken, wir spielen ja nur sieben Runden. Die zweite Runde hatten wir jetzt schon. Jetzt sind wir in der dritten Runde. Das heißt für mich, ich muss ja auch dran denken, dass ich die beiden Hexen möglichst dann zum Schluss auf einem Feld habe. Sonst wird mir die Hälfte der Punkte abgezogen. Das ist natürlich schon böse. Wie kann ich das am einfachsten realisieren? B, C, das nutzt man nix. Das heißt, ich muss versuchen, mit der dann hier runter zu kommen und mit der hier rauf. Mal schauen, ob es klappen wird. Ich weiß es noch nicht. So, die waren eingezogen. Drei neue ausgelegt. Aha, Wurzelsammler, Hügelhexe und Wetterfee, war nicht anders zu erwarten. So, Runde drei. Ich bin so frei. Also, ich möchte auf jeden Fall da oben zu dem Bergplättchen. Das sind ja Punkte. Und Punkte ist in dem Spiel das Wichtige. Das braune lassen wir mal links liegen. Also, wenn wir mal auf jeden Fall die Berghexe spielen, als allererstes, dass ich da rüberkomme. Grün habe ich. Das ist okay. Ich habe aber nur zwei. Das heißt, Wurzelsammler geht die Runde nicht. Hügelhexe geht nicht und Wetterfee geht nicht. Also, würde es schon gehen. Ich verliere halt drei Punkte. Dann hänge ich da oben erst mal fest, weil ich komme ja nur weiter, wenn ich die Wolken weggezaubert habe. Nee, ich muss ja dann wieder umkehren. Das wäre noch eine Option. Oder, aber da bin ich, nee, da bin ich einfach zweit weg. Das ist kratsch. Nee, ich muss dann wieder zurücklaufen. Boah, das ist böse. ist egal. Machen wir einfach. Ereignis der Hexe nicht vergessen. Ach so, hier. Wo will er? Die Eins habe ich. Also, die hier. So, ich möchte darüber. Das möchte ich machen. Das ist klar. Dann möchte ich schauen, dass ich mit dem weiterkomme. Dann machen wir einmal die Waldhexe. Ich gehe einmal nach unten. Und dann machen wir noch die Heidehexe. Gehe ich noch einmal nach unten. Und wenn ich dann schon mal da bin, machen wir noch den Tafeldruiden. Oder ich mache trotzdem die Wetterfee. Hm. Nee. Mach mal ein Eis. Viertes. Ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach. Äh, Früchte-Sammler würde gehen. Habe ich aber eigentlich noch Grün. Ja, ich bräuchte wieder ein bisschen. Dann machen wir das da. Dann machen wir den Kräutersammler. Gut. Also, den muss ich mutig spielen. Ich habe gar keine andere Chance. Spielen wir mutig. Schauen wir mal. Wurzelsammler. Hm. Passt. So, das heißt, ich gehe mit der hier rüber. Ähm, lege einmal grün auf den runden Turm. Ist damit verbraucht. Gibt mir aber eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte. Dann bekomme ich die zwei Zauberstäbe. Dreh ich rum. Und den hier. Äh, und das war's. Die Berghexe. Dann gehe ich auf die Waldhexe. Die werde ich auch mutig spielen. Ich bin mutig heute. Uh, Kräutersammler. Nein. Ah, wird hier hinten schon mal nichts. Aber immerhin, ich kriege einen Trank. Schon mal nicht verkehrt. Musst noch eine aufdecken. Runde drei. Ach so, beide. Okay, dann so. Jetzt. Hügelhexe. Ich mache das mal so. Dann reicht mir der Platz. Stimmt, wir sind ja bei 2, 1, 1. Da muss man dran denken. wenn man das spielt. Also, aufpassen. Die Anzahl der Karten verändert sich über die Runden. Hügelhexe. Passiert trotzdem nichts. Waldhexe mutig gespielt. Ich bewege mich also in den Wald. Und da kann ich jetzt Orange abgeben. Warum? Ich könnte auch Grün abgeben. Ich werde aber Orange abgeben. Gib mir 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. So, das war der hier. Dann spiele mir die Heidehexe. So, und dann wird es auch schon interessant. Irgendwann wird es mich erwischen. Das ist ganz klar. Aber ich spiele auch die Heidehexe mutig. Oh, ja. Das heißt, ich bewege mich hier runter und werde jetzt Grün abgeben. Hier drauf gibt es 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, und 6. So. Wo will ich denn hin? Hier hin. Wenn ich da rüber gehe, könnte ich da hin und dann hier abkürzen. Das ist vielleicht nicht gescheit. Ich glaube, das ist gut. Das werden wir auch machen. Ich portiere mich nach C und laufe dann hier rüber, dass ich die 3 auf jeden Fall habe. 15 Punkte. Hallo? So, den muss ich wegmachen, um den zu kriegen. Das sind auch nochmal 7 Punkte. Ja. Okay, das war die Heidehexe. Jetzt den Kräutersammler und den spiele ich natürlich feige, wie ich bin. So. Kriege ich also nur 1. Das war es schon wieder. Geht schnell. Coole Sache. Muss man schauen, dass ich noch eine kleine Spielerhilfe mit dem veränderten Rundenablauf hochlade. Ja, wenn man es einmal gespielt hat, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es schon. Also, es ist jetzt nicht so dramatisch. Man muss halt nur dran denken. Und du weißt ja, wie es ist, bei mir immer so durch das Labern mit dem Chat. Ah ja. und den Rest müssen wir jetzt mischen. Früchte-Sammler. Das ist blöd. Immer der Früchte-Sammler, den wollte ich eigentlich spielen. Aber okay. Dann sind wir in Runde 4. Ich würfel wieder. Oh, die 6 heißt was? Deine 3. Früchte-Sammler. Und vierte-Sammler. Gerade die letzten. Das ist aber böse. Eine 6 sollte man nicht wirfen in dem Spiel. Definitiv. Prost. So, was machen wir jetzt? Ich muss, und das werde ich am Anfang tun, die Wetterfee spielen, um mir den hier zu holen. Dann werde ich die Hügelhexe spielen. Nein, kann ich nicht. Ich habe keinen Oronisch. Muss ich erstmal den Wurzel-Sammler spielen. Dann die Hügelhexe. Und Früchte-Sammler. Was haben wir noch für Sammler? Heidehexe, Kräuter-Sammler und den Kräuter-Sammler. So machen wir das. Okay. Also, die beiden muss ich mutig spielen. Die dritte und die vierte Karte. Okay. Die ersten sind wieder doppelt. Dann fangen wir an mit der Wetterfee. Und zwar möchte ich hier rein zaubern. Ich spiele die natürlich mutig und hoffe einfach mal, dass ich jetzt Glück habe. Boah, der Wurzel-Sammler. Scheiße, ist der hier? Schade. Und die Hügelhexe. Beide. Ja, jetzt geht es schon los. Schmidi, merkst du es? Funktioniert schon nicht mehr, wie ich mir das gedacht habe. Okay, aber auf jeden Fall, die Wetterhexe mutig hat funktioniert. gibt mir 1, 2, 3 Punkte. Ich gebe 2 ab, bekomme den hier. Und das heißt, ich darf, nee, hier, ich darf, ich darf, ich darf hier eine beliebige in ein Nachbargebiet setzen, als hätte ich die Feigehexe gespielt. Also nur eine Bewegung in Anführungszeichen. So, das machen wir. Und zwar nehme ich den hier rein. Damit habe ich dieses Plättchen. Die habe ich abgegeben. Die 3 Punkte habe ich mir genommen. Das war dieses. So, wenn ich das Plättchen habe, darf ich sofort oder irgendwann. Dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Umgehend. Ach so, wenn ich es mit der mutigen Hügelhexe gemacht hätte, habe ich aber nicht. Auf B oder C, das heißt, ich fliege hier rüber, darf aber keinen Trank ablegen, weil ich nicht die entsprechende Hügelhexe genommen habe, um hier hinzukommen, sondern das Sonderblättchen. Ja. Alles klar. Damit ist das durch. Jetzt bin ich hier hinten. So. Dann der Wurzelsammler. Natürlich spiele ich den Feige. War ja logisch, aber ich kriege zumindest mal einen. Den brauche ich nachher für hier unten. So, aber trotzdem. Ja, Entschuldigung, ich muss ja natürlich einen aufdecken. Taldoide. Ich kriege gehabt. So. Dann spiele ich die Hügelhexen natürlich auch Feige. Hilft mir ja nichts. Ich bewege mich daher. Decke einen auf. Die Berghexe interessiert mich nicht. Und den Kräutersammler. Ne, warte mal, Feige geht ja gar nicht. Mutig, den muss ich mutig spielen. Das ist ja die dritte Karte. Das heißt, da kriege ich nichts. Den muss ich auch mutig spielen. Ich darf mich nicht einmal bewegen. Kräutersammler mutig. Toi, toi, toi. Jawohl, wegen des D-Ersatzes funktioniert. Zwei grüne kriege ich und einen Zauberstab. So. Runde 4. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich muss gucken, dass ich die ein bisschen zusammenbringe. Ja, genau. Die muss ich mutig spielen. Hilft alles nichts. Habe ich noch gemacht, Schmidli. Mit der Zeitverzögerung kriegst du es dann gleich mit. Bis zum sehen. Ja, leider. War eine schlechte Runde. Eine Maulrunde. Ah, okay. So, jetzt kommen wir in Runde 5 auf 2, 2, 1, 1. Oh, jetzt wird es böse. Und ich muss schauen, dass ich mich in Richtung Zielfelder bewege. Sonst wird meine Punktzahl halbiert. Das heißt, ich kann jetzt nicht anfangen zu tricksen. Okay. Hilft alles nichts. So, die werden eingesammelt. Die Berghexe. Die Heidehexe. Okay. Und die Wetterfee. Oh, ist das bitter. Ja, ich hätte die 7 Punkte natürlich gern gehabt, aber das wird jetzt zu eng. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Ich muss laufen. Das geht gar nicht anders. Ich muss laufen. Das heißt, ich werde die Waldhexe spielen. Achso, erstmal würfeln, was ich mutig spielen muss. 4. So, ich werde die Waldhexe spielen als erstes. Und ich werde die Berghexe spielen. Auch wenn mich das 3 Punkte kostet. Ist mir egal. Dann möchte ich die, doch ich mach das mal. Ich spiele die Hügelhexe. Wetterfee erst die nächste Runde. Die Sammler sind alle frei. Was habe ich noch? Da habe ich genug. Ich werde einmal hier den da spielen. So, das sind die Karten, die ich spielen werde. Ich muss die hier mutig spielen. Und ich muss bei der Berghexe bezahlen. Aber es geht noch anders. Hilft nichts. Okay, fangen wir an. Die hier mutig. Waldhexe. Es werden 2 aufgedeckt. Kräutersammler und Gipfel. Okay, passt. Mutig erreicht. Das heißt, ich ziehe hier rein. Kriege dieses Plättchen. Ich muss mal schauen, was ich mit dem dann gleich mache. Und werde einen grünen abliefern. Das ist ein Grenzturm. Ich lege hier drauf. Es sind 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich komme wieder ein bisschen vorwärts. Die Waldhexe. Dann spiele ich die Berghexe. 1, 2, 3 Punkte zurück. Ist leider so. Ich spiele sie mutig. Tafeldruide und Hügelhexe. Jawohl. Naja, blöd. Aber egal. Das funktioniert nicht hier unten. Merkt ihr das? So, Berghexe mutig. Das heißt, ich bewege mich hier rein. Bekomme den hier. Und den hier. Mutig heißt, ich darf einmal liefern. Da liefere ich den hier. Das sind 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und einen Zauberstab. So, und das heißt, ich darf benachbart einen auflösen. Da gebe ich die beiden ab und hole mir die hier. Sehr schön. So, das war jetzt das. Jetzt kommt die Hügelhexe dran. Die spiele ich natürlich feige. So, im grünen Blättchen gibt es in der Solo-Regel ganz unten einen zusätzlichen... Ah, okay. Auf der letzten Seite. Schmied. Wenn du das Waldbeicht plus eine Karte besitzt, kannst du es zu Beginn der Runde einsetzen, um in dieser Runde 5 auszuwählen. Nach der 5. deckt die böse Hexe keine Karte mehr auf. Ah, okay. Ich darf also eine Bonus-Karte spielen. Das ist schön. Hast du die verwundene Rolle? 3 Punkte abgezogen. Habe ich gemacht? Ja. Natürlich. Für die Berghexe habe ich abgezogen. Also Hügelhexe spiele ich feige. Und bewege mich hier runter. Das ist ja nur eine Bewegung. Hügelhexe liegt schon. Egal, was jetzt gezogen wird. Die ist durch. Dann habe ich noch den Wurzelsammler. Den muss ich jetzt auf jeden Fall mutig spielen. Es wird einer aufgedeckt. Glück gehabt. Ich kriege einen Trank. Und zwei Stäbe. Sehr schön. Ja, bisher läuft es recht gut. Aber, ganz wichtig. Das war Runde 5. Habe ich nicht weiter gedreht. Ganz wichtig. Ich habe nur noch zwei Runden, um die beiden auf ein Feld zu bekommen. Jetzt muss ich mal überlegen. 1, 2, 1, 2. Wenn ich mich hier treffe. Boah. Könnte eng werden, ne? Könnte eng werden. Aber ich werde es probieren. Ich habe jetzt die Möglichkeit, fünf Karten zu spielen. Vielleicht habe ich Glück. Schmidi, bisher muss ich sagen, hast du gut gemacht. Gefällt mir. Gefällt mir, was du da gemacht hast. Das ist eine schöne Variante. Dieses doch eigentlich sehr interaktionsreiche Spiel. Solo zu spielen. Macht Spaß. Cool. Großes Lob bisher. Wenn ich verliere, dann mache ich dich nieder. Ist klar. So. Kräutersammler. Hügelhexe. Und... Ach, scheiße. Riecht nichts. Runde 6. Vorletzte Runde. Ich mache dieses Plättchen geltend. Das heißt, ich darf eine mehr spielen. Und jetzt wird es schwierig, weil... Ich muss den hier spielen. Ich muss den hier spielen. Und auch wenn es mich drei Punkte kostet, ich muss den hier spielen. Das hilft erstmal nichts. So. Dann möchte ich... Und das kostet mich wieder drei Punkte. Ganz, ganz böse, aber hilft nichts, den hier spielen. Und als fünfte Karte... Mache ich die Wetterfee. So. Ach so, würfeln muss ich noch. Die 1. Die hier gleich mutig. Okay. So, wir sind in Runde 6. 2, 2, 2, 1. Schmidi, das wird böse. Prost. Naja. Hm. Das wird richtig böse. Also, Heidehexe muss ich mutig spielen. Mache ich natürlich. Ich decke zwei Karten auf. Berghexe. Und... Nein. Mein Plan wird nicht aufgehen. Schmidi, ich sag dir, wenn ich das Spiel am Ende verliere, ey, dann ist es scheiße. Ehrlich. Ja. Heidehexe. Ich muss zu mutig spielen. Wurde aufgedeckt. Nutzt mir also nichts. So. Und das jetzt ganz bitter. Das ist jetzt richtig bitter. Hm. Das ist scheiße. Verzockt. Aber ich musste mutig spielen. Hilft ja nichts. Ich hätte es sowieso mutig gespielt. Abziehen dürfen. Dann mache ich jetzt die Waldhexe. Wesen noch ein paar Punkte machen. Weil mir wird ja dann gleich die Hälfte abgezogen. Scheiße. Ähm. Die Waldhexe mutig. Klar. Auf jeden Fall mutig. Passt. Was machen wir da jetzt? Ich gehe einmal hier runter. Kriege das hier. Ich muss dann gleich mal schauen, was das bewirkt. Und darf einen Trank ausgeben. Dann gebe ich den hier aus. Gibt mir eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte und einen Zauberstab. Ich muss jetzt schauen, dass ich wenigstens noch ein paar Punkte kriege. Und dieses Plättchen heißt genau was? Grün. Ah, okay. Das kommt genau im richtigen Moment. So, das war die Waldhexe. Dann Hügelhexe. Ich muss drei Punkte abziehen. Und ich werde die Hügelhexe feige spielen. Und spiele das Plättchen aus. Das heißt, egal was hier jetzt bei rauskommt. Ich habe sehr feige gespielt. Ach, der Gipfel-Druide. Ernsthaft. Nutzt man ja auch. Doch, nutzt man hier unten was. Passt schon. Kriege die drei Punkte nicht. So, das spiele ich, weil ich feige gespielt habe. Also, ich mache nicht die Laufaktion. Sondern nehme die fünf Punkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das Beste draus machen. Hilft ja nichts. Der ist durch. Dann kommt jetzt der Gipfel-Druide, den ich natürlich feige spielen werde. Kostet mich aber trotzdem drei Punkte. Gipfel-Druide heißt, ich möchte den hier unten auslösen. Ich lege orange hier unten drauf. Gibt mir sieben Punkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. So, das war der Gipfel-Druide. Feige gespielt. Jetzt wird nichts mehr. Doch, eine muss ich noch aufdecken. Warte mal. Ich habe eine vergessen aufzudecken. Für den Gipfel-Druiden. Das ist jetzt doppelt blöd, weil das ist genau die Wetterfee, die ich hätte spielen wollen. Aber ist egal, ich kann sie trotzdem spielen. Mache ich auch. Ich spiele sie hier unten. Halt feige, logischerweise. Gebe drei ab und hole mir die Wolke. So. Das war dieses hier. Scheiße. Das ist mein Plan richtig, richtig ins Stocken gekommen. Aber es ist richtig ins Stocken gekommen. Ja, sieht fast so aus, ne? Schmitty, hast du echt blöd gemacht? Ne, ernsthaft. Ist schön, macht Spaß. Auch mit dem, dass es zum Schluss zu dann immer schwerer wird, weil du hier die Anzahl der Karten, die die böse Hexe rauslässt, erhöhst quasi. Ist schon cool gemacht. Es soll ja auch kein Kinderspaziergang sein, ne? Kinderkarten, Kindergeburtstag. Ja, ich habe keine Chance mehr, das zu schaffen. Aber ich möchte versuchen, noch ein paar Punkte abzugreifen. Wenn schon halbiert wird, dann wenigstens so, dass ich ein bisschen was bekomme. Berghexe, das war klar. Also, ich spiele mal die Heidehexe. Was soll ich los hier haben? Die zwei. Das nächste. Die Heidehexe. Dann muss ich auf jeden Fall. Warte mal, ich darf vier, vier darf ich spielen. Ich muss mal kurz gucken. Ich würde den hier gern spielen wollen. Hier rüber. Ich komme eh nicht mehr. Auf ein Feld komme ich nicht mehr. Das geht nicht mehr. Aber ich könnte eins, zwei, drei. Ja, das machen wir auch. Pass auf, nee, machen wir anders. Dann haben wir so. 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 Die Heidehexe, die muss ich mutig spielen. Wenn es dumm läuft, wird das natürlich, dann schaffe ich gar nichts mehr. Das wäre also echt blöd. Das wäre echt blöd. Dann lasse ich das mal weg. Ich mache die hier. Ne, ach komm. Alles ohne nichts. Den hier. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier und den hier. Heißt für mich, einmal drei Punkte wieder weg. Aber vielleicht die Möglichkeit, nochmal ein bisschen was abzugreifen. So, jetzt muss ich immer zwei aufdecken. Wir sind in der letzten Runde. Jetzt wird es echt böse. Aber probieren wir es mal. Ich kann ja hier nochmal abliefern. Das ist ja einer nach hier unten. Der wird ja dann nicht entfernt, oder? So, das heißt, der hier bleibt ja auch liegen. Für nachfolgende Hexen. Der geht ja nicht weg, ne? Die Braunen bleiben liegen. Vorsichtshalber nochmal gucken. Ja, ja, die bleiben liegen. Okay. Ja. Gut, also fangen wir an. Gipfeltroide muss ich nicht. Das heißt, ich spiele ihn feige, dass ich auf jeden Fall die Punkte kriege. Ich spiele den Gipfeltroiden feige. Tal ist mir wurscht. Waldhexe auch. Hätte ich auch mutig spielen können. Ist egal. Ich gebe ab. Gibt mir sieben Punkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Das war der Gipfeltroide. Dann muss ich die Hügelhexe mutig spielen. Ist halt so. Drückt mir die Daumen. Ach, ich habe es. Keine Phase. Okay, kriege ich die Punkte schon mal nicht. Schade. Dann spiele mir die Heidehexe feige. Jetzt siehste. So, Heidehexe feige gespielt. Das heißt, ich komme hierher. Darf nichts abliefern. Und jetzt spiele ich die Berghexe. Und die spiele ich auch feige, weil ich unbedingt das hier möchte. Wurzelsammler und... Ja, hätte funktioniert. Egal, aber ich komme jetzt hier drauf und bekomme die beiden. Und da bekomme ich jeweils einen Trank in der Farbe. Und das sind ja jetzt zum Schluss nochmal Punkte. Für entsprechende Sets. Gut. Das war's. Bin durch. Ach, ich habe es nicht geschafft, die beiden auf ein Feld zu bekommen. Klang erstmal relativ simpel, beide auf ein Feld zu kriegen. Ist es aber am Ende gar nicht. Nochmal der Hinweis für die Zukunft. Braune Plättchen nimmst du nicht an dich. Die können quasi öfter im Spiel aktiv... Ja, genau. Habe ich gemerkt. Deswegen habe ich das hier unten dann auch gemacht und habe es hier oben wieder zurückgelegt. Ist ja beim Solo wurscht. Wenn ich mich weiter bewege, ist das ja eh real. Es gibt kein Verlieren... Ne, ne, ich verliere nicht. Es gibt halt in dem Sinn ein nicht ganz so gutes Ergebnis. So, okay. Schauen wir mal. Ich bin aktuell auf der 76. Aber wir kriegen ja noch ein paar Punkte. Aha. So, das heißt... Endabrechnung. Machen wir erstmal die Wolken. Achso, brauchen wir kurz die Übersicht, weil es da drauf steht. Genau hier. Also, wie viele Blitze haben wir denn? Eben, wir mal kurz gucken. Ich habe 1, 2, 3, 4 Blitze. Das heißt, es sind nochmal 14 Punkte. 14. Sind wir bei 80? Sind wir bei 90? Er ist wichtig fürs Halbieren. Ich muss schauen, dass ich jetzt noch ein bisschen pumpen kann. Logischerweise. Dann Ressourcen. Alle 4 einmal habe ich. 1, 2, 3. Also, ich habe einmal ein 4er Set. Gibt mir 4 Punkte. 2, 4. Und ich habe 3. 1, 2, 3. Ein 3er Set noch einmal. Gibt mir nochmal 2 Punkte. Dann Amulett. Ich habe alle 3 Amuletts geschafft. Jawohl. Und das sind 15 Punkte. 101. 111. So, das wären theoretisch 111 Punkte. Wenn hier alles geklappt hätte, hätte ich noch mehr geschafft. Das lässt mich schon mal hoffen. So schlecht war ich dann gar nicht. Aber, ja, bei 111 wäre ich theoretisch angesehenes Mitglied im Hexenorden. Selbst von den Anführerinnen des Ordens würde meine Meinung geschätzt. Naja. Jetzt muss ich die 111 natürlich noch durch 2 teilen. Das sind 55. Schande. Du hast im Hexenorden nichts zu suchen. Die oberste Hexe verwandelt dich in eine Kröte. Du bist unwürdig. Ja, Schmidi, wenn das kein Verlieren ist, so freie ich mich wirklich. Krass. Schön gemacht. Jo, Schmidi. Kleines Fazit. Ich war ja anfänglich etwas skeptisch, weil es ein sehr interaktionsfreudiges Spiel ist. Mit dem, dass man, selbst zu zweit ist es ein bisschen lahm, muss man echt sagen. Mit dem, dass man einfach in so eine Art Bieterstruktur übergeht. Man mutig, feige, dann muss man hoffen, hat der andere die Karte oder nicht. Das ist ein bisschen wie beim Pokern. Ein bisschen durchrechnen und könnte, könnte, könnte. So. Ja eben, Kröte ist doch verlieren, Schmidi. Meine ich doch auch. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Aber großes Lob an dieser Stelle. Und das nicht, weil ich dich kenne. Auch wenn ich dich nicht persönlich kenne. Aber wir haben zumindest schon miteinander getratscht. Hast du echt gut gemacht. Ist eine coole Solo-Variante draus geworden. Die sehr abwechslungsreich ist, weil du verschiedene Optionen anfänglich auswürfest, die immer eine andere Spielart erfordern. Weil du das komplette Spiel nutzt. Das heißt, auch die drei Zusatz-Boni mit drin sind und die Gewitterwolken. Was das Ganze noch mal interessanter macht. Und du bringst zusätzlich ja noch ins Spiel Ziel mit rein, das es zu erfüllen gilt. Ja, es ist eine echte Herausforderung geworden. Hast du echt gut gemacht. Gefällt mir. Also Lob hierfür. Danke für dieses geile Spiel. Für diese geile Variante. Werde ich jetzt sicherlich wieder öfter spielen können. Weil ich nicht immer die Möglichkeit habe, mit der Familie das Spiel aufs Brett zu bringen. Oder auf den Tisch in dem Fall. Und mit der Variante, mit dem Solo. Macht Spaß. Und wenn ich jetzt mal gucke, mit dem ganzen Labern und Reinlesen. Eine Stunde. Also in 45 Minuten hast du das locker gespielt. Wenn du mal drin bist im Spiel. Coole Sache. Ja, fällt mal. Ja, positives Fazit. Sehr zu empfehlen. Das Spiel Bloom Service sowieso. Ist ein geiles Familienspiel. Und jetzt eben auch mit Schmidis Variante sehr gut solospielbar. Ich werde euch die Variante unten verlinken. Natürlich, wie immer, in der Videobeschreibung. Am Ende dieses Streams. Und würde mich freuen, wenn ihr nachher wieder dabei seid. Um 19.30 Uhr geht es weiter mit dem Warm-Up zum heutigen Rallyman GT Championship Rennen 6. Das heißt, ich werde euch den Kurs vorstellen. Zu Rennen 6. Und über Rennen 5 ein bisschen quatschen. Dann um 20.30 Uhr geht es natürlich mit dem Rennen los. Wir starten ins Rennen Nr. 6. Meisterschaftskurs 16 ist es dann. Wird garantiert wieder interessant. Wir sind alle ein bisschen weiter zusammengekehrt. Obwohl ich noch einen guten Puffer, einen guten Vorsprung habe. Nach meinem Driblesieg am Anfang. Mal gucken, ob ich mir wieder einen Sieg hinlegen kann. Würde mich also freuen, wenn ihr da dabei seid. Montag werde ich auch was machen. Ich weiß noch nicht was. Ich bin mir noch nicht sicher. Entweder spiele ich nochmal Robinson Crusoe oder Fields of Green würde noch anstehen. Oder ich mache eins der älteren Spiele. Blackout Hong Kong, Maracaibo oder irgendwas. In dem Szenario weiter, beziehungsweise Kapitel. Oder ich spiele Five Tribes im Solo. Ich bin mir noch nicht sicher. Also Montag auf jeden Fall werde ich noch einstellen. Wird irgendwas kommen. Ja, dann würde ich sagen, hierfür vielen lieben Dank. Schmitty, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, dass das ein hartes Stück Arbeit war. Aber man merkt, dass du da viel auch versucht hast. Und viel reingedacht hast, dass da was Gutes bei rauskommt. Und das hast du echt geil umgesetzt. Macht echt Spaß. Deswegen, einfach so, weil es Spaß gemacht hat, Daumen hoch. Geiles Teil. Jo, das war's. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like da lassen. Ihr dürft mich gerne abonnieren, weiterempfehlen. Ihr dürft unten in die Kommentare reinschreiben, was das Zeug hält in der Aktion. Das ist immer wichtig bei YouTube. Habt ihr das schon mal gespielt? Wie gefällt euch das Spiel? Was haltet ihr davon? Spielt Schmidis Bayern, da habt ihr das schon gespielt. Was haltet ihr davon? Was würdet ihr gerne sehen? Vielleicht auch am Montag. Das wäre doch mal was. Schreibt mir in die Kommentare, was ich am Montag spielen soll. Entweder, also zur Auswahl stehen, entweder irgendeines von den älteren Kampagnen, die ich angefangen habe. Also Maracaibo, Blackout Hongkong gibt es ja neue. Robinson Crusoe oder auch Spirit Island. Ah, Vidiculture kann ich auch weiterspielen. Museum würde ich euch nochmal zeigen. Sierra West, also jeweils neue Module, die ich noch nicht gespielt habe. Oder was Neues, das heißt Ora et Labora, Fields of Green, Nations, das Würfelspiel. Five Tribes, den Solo-Modus kann ich euch auch noch zeigen. Ihr dürft entscheiden. Ist euer Wunsch-Montag quasi. Schreibt es in die Kommentare unten rein, würde mich freuen, wenn da ein bisschen was drinsteht. Und ja, dann bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest-Sonntagnachmittag. Und wir sehen uns hoffentlich 19.30 Uhr, spätestens 20.30 Uhr zum Rallyman GT Championship Rennen Nummer 6. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.